Natürlich stellt sich damit die Frage, was machen wir mit den so unterschiedlichen Zeugnissen? Wie ist das also letztlich mit Gott, mit dem Gott des Alten Testaments und mit den anderen Göttern? Ich darf euch herzlich begrüßen beim Kanal Glauben Denken. Und das zu einem Thema, das die einen trösten oder auch aufregen kann, das einen sprachlos oder sprachfähig machen kann, irritieren und orientieren. Was trägt das Alte Testament zum Verständnis des biblischen Gottes, zum Verständnis vom Vater von Jesus Christus bei? Mit diesem Vortrag widme ich mich der Frage, wie stellt das Alte Testament das Verhältnis von dem einen Gott, dem Gott Israels, zu den anderen Göttern dar? Und dazu möchte ich drei Schritte gehen. Ich möchte kurz darstellen, was ist der Befund, wie sieht das im Alten Testament aus? Auch ein paar kleine Bemerkungen zu archäologischen Funden. Ich möchte dann eine sehr weitreichende religionsgeschichtliche Hypothese vorstellen und dann eigene Gedanken und Bewertungen dazu geben. Also das erste, der Befund. Das Alte Testament stellt das Verhältnis von Jahwe, dem Gott Israels, zu anderen Göttern durchaus unterschiedlich dar. Da haben wir zum einen die Texte, wo ganz klar ist, selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass auch so thematisiert wird, es gibt nur einen Gott. Da ist ein Gott und sonst keine anderen Götter. Wir finden das gleich am Anfang in der Bibel, 1. Mose 1, da redet der eine Gott, nichts anderes ist vorhanden. Wir finden das in Kapiteln in Jesaja 40 bis 55. Dort wird es sehr intensiv argumentiert und wird immer wieder darauf zugespitzt, wer ist also jetzt der einzige Gott und niemand sonst? Das ist der Gott Israels, der Gott, der Israel geschaffen hat. Das ist der eine Gott. Alle anderen Götter sind nur Götterbilder, die sich Menschen selbst gemacht haben. Ähnlich finden wir es im 5. Buch Mose, im 4. Kapitel. In der Fachsprache nennt man diese Verhältnisbestimmung Monotheismus. Man hält nur einen Gott für möglich, glaubt an einen Gott. Alle anderen Götter gibt es nicht, sind nicht existent. Aber es sind nicht die einzigen Texte im Alten Testament, die wir zu dieser Frage haben, wie verhält sich der eine Gott, der Gott Israels, zu anderen Göttern. In anderen Texten im Alten Testament werden erst mal Götter so hingenommen. Die sind da. Die gibt es in den anderen Völkern. Die gibt es in der Bevölkerung, die in Kanaan gelebt hat oder lebt. Und die eben andere Götter anbeten. Und dann wird aber betont, angesichts dessen, dass es andere Götter gibt, die Aufforderung an Israel, bete nur deinen Gott, den Gott Israels, an. Wir finden das zum Beispiel in den 10 Geboten. Die Anweisung, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt erst mal nichts darüber aus, was die anderen Götter sind, ob es die wirklich gibt oder nicht, sondern hält die vielleicht für möglich, wichtig ist, nur den einen Gott anzubeten. Wir haben das beim Propheten Hosea, wo beklagt wird, dass sich so viele im Volk Israel anderen Göttern zugewandt haben, insbesondere dem kananäischen Fruchtbarkeitsgott Baal. Oder man denke an die markante Geschichte von Elia auf dem Karmel, dieser Wettkampf zwischen dem Gott Israels und Baal und dieser Entscheidung. Für wen entscheidest du dich? Wie lange willst du auf beiden Seiten hinken? Oder Psalm 82? Psalm 82, der zunächst damit anfängt, dass Gott in der Versammlung der anderen Götter steht und dann aber deutlich wird, weil sich die anderen Götter nicht um das Recht in dieser Welt kümmern. Die Vernachlässigten und Unterdrückten nicht in den Göttern ihre Hilfe finden, sondern allein der Gott Israels ihnen Hilfe ist. Deshalb werden alle anderen Götter entmachtet. Wir haben Texte im Alten Testament, die mindestens andeuten oder teilweise auch explizit sagen, bis in die Zeit des Königs Josia gab es nicht nur Anbetungsstätten für andere Götter im Land Israel. Es gab auch verschiedene Anbetungsstätten für den Gott Israels. Und dann haben wir auch manchmal so eigenartige Bezeichnungen, insbesondere in den Erzählungen der Erzeltern, dass vom Schrecken Isaaks die Rede, vom Gott Abrahams, so von ganz unterschiedlichen Bezeichnungen. Und man kann fragen, ja, was ist denn, warum werden die so unterschiedlich verwendet? Und in all diesen Aussagen, ja, ist die spannende Frage, wie hören wir also mit diesen unterschiedlichen Texten dieses eine Wort, die Aufforderung an Israel in 5. Mose 6, höre Israel, der Herr ist einer. Das kann heißen, der Herr ist einer und sonst gibt es keinen anderen Gott. Oder es kann heißen, der Herr ist einer. Es ist der Einzige, der anzubeten ist, egal wie das mit den anderen Göttern ist. Und man kann es auch so hören und lesen, vielleicht betet ihr den Herrn an unterschiedlichen Orten an, aber es ist nur ein einziger Herr. Hinzu kommen dann noch einige archäologische Funde, die hochspannend sind, auch durchaus herausfordernd. Vor allem in Kundilet Aschrut und in Kürbet Elko hat man bei Ausgrabungen Tongefäße gefunden, in denen eigenartige Gravuren eingeritzt waren und auch einige Sprüche. Und dort ist zum einen zum Beispiel von unterschiedlichen Jahwes die Rede, der Jahwe von Teman und der Jahwe von Samaria. Oder es gibt eine Segensformel, wo jemand gesagt wird, der Herr und seine Aschera segnen dich. Nun gibt es da riesige Debatten, ganze Bücher, viele Bücher, viele Aufsätze darüber, wie diese Sachen im Einzelnen auszulegen sind. Sie sind zugänglich zum Beispiel im Handbuch für althebräische Epigrafie. Aber natürlich stellt sich damit die Frage, was machen wir mit den so unterschiedlichen Zeugnissen? Wie ist das also letztlich mit Gott, mit dem Gott des Alten Testaments und mit den anderen Göttern? Und wenn ihr euch da ein Stück reinlest, da kann man googeln, da kann man in Bibliotheken suchen und wird sehen, das ist eine ziemlich große Debatte. Viele verschiedene Theorien gibt es dafür, wie man denn eigentlich dahin kommt, dass angesichts dessen, dass alle anderen Völker viele Götter anbeten, die verschiedenen Götter zusammenbringen, wie angesichts dessen es dazu kommt, dass in Israel der eine Gott angebetet wird. Und wie es dazu kommt, dass das in den Texten des Alten Testaments irgendwie auch unterschiedlich ist. Und eine sehr einflussreiche religionswissenschaftliche Hypothese, die ich jetzt enorm vereinfachen muss, läuft ungefähr so, dass zunächst einmal jede Familie so ihre eigene Religiosität hatte und vielleicht berührten sich auch die Götter, die sie verehrt haben, miteinander. Aber es war gang und gäbe in Familien, sich so den eigenen Hausgott auszuwählen. Mit der Ausbildung des Staatswesens war es vielleicht dann auch wichtig, für die Identität des Volkes einen Nationalgott zu bestimmen. Aber man sagt, wahrscheinlich wurde der durchaus auch an verschiedenen Orten angebetet. Und daneben gab es noch weitere Götter in den Familien, eigene Anbetungsstätten. Mit diesen unterschiedlichen Orten verbanden sich verschiedene Bezeichnungen. Sind das vielleicht die Hinweise in Kuntilet Aschrut und in Kirbet Elkom? Und man nimmt dann als ein ganz einschneidendes Ereignis die Zeit von König Josia 622 v. Chr. ungefähr, der versucht hat, seine Macht auch dadurch zu konsolidieren, dass er alles in Jerusalem zentralisiert hat, alle anderen Anbetungsstätten vernichtet hat, außer Gebrauch gesetzt hat und es nur noch in Jerusalem, nur noch die Anbetung des Jahwe, des Gottes Israels stattfinden sollte. Dann kam 587, der Untergang Jerusalems, der Tempel war zerstört und die Frage, tja, gibt es dann diesen Gott überhaupt, den wir anbeten? Und für die Menschen, die ins babylonische Exil verschleppt wurden, die große Herausforderung, wer ist denn unser Gott angesichts der Übermacht der Götter, die wir hier erleben? Ja, es gab einmal im Jahr eine riesen Prozession, wo sie die riesigen Götterstatuen durch die Stadt gezogen haben, mit beeindruckenden Gottesdiensten da gefeiert wurden. Und angesichts dieser Herausforderung haben sich die Menschen, die aus Jerusalem kamen, nochmal neu gefragt, ja, wer ist Gott angesichts dessen? Und in dieser Auseinandersetzung, die Einsicht sich durchgesetzt hat, ja, eigentlich sind das Bilder von Menschen, es gibt nur diesen einen Gott. So, in ganz wenigen, viel zu groben Zügen, aber eine These, die man sehr häufig finden wird. Und da wäre für jedes einzelne Detail, wäre vieles zu sagen, manches ist hilfreich, manches ist problematisch. Meiner Meinung nach, großes Problem ist, wie deutlich hier der Exodus ausgeblendet wird. Und das ist sicher eine der entscheidenden Fragen. Wenn der Exodus stattgefunden hat, mit einer Gruppe von Sklaven, die aus Ägypten durch einen Gott Befreiung erlebt hat, dann hat das so eine Auswirkung für die Identität dieser Gruppe, für das Verständnis dieses Gottes, dass es doch nicht einfach nur so Stück für Stück so vorsichtige Versuche gegeben haben könnte, nur einen Gott anzubeten, sondern war dieser Impuls nochmal ein ganz anderer. Aber worum es mir in diesem Vortrag geht, ist nochmal etwas anderes. Ich möchte nämlich nochmal stärker darauf schauen, welcher Wert besteht denn darin, dass wir im Alten Testament diese Texte ja weiterhin nebeneinander haben, diese ganz unterschiedlichen Texte. Auch in dieser religionswissenschaftlichen Rekonstruktion funktioniert es ja eigentlich so, dass man ein früheres Stadium von Gotteserkenntnis überwunden hat und dann zum Nächsten kommt und das Davorliegende dann eigentlich ohne Bedeutung ist. Aber genau so haben wir es im Alten Testament und in den Texten des Alten Testaments nicht, sondern dort bleiben diese verschiedenen Texte mit diesen verschiedenen Orientierungen nebeneinander stehen. Und die Frage ist doch spannend und wichtig zu stellen, warum bleiben diese? Warum hat man nicht die Alten einfach ausrangiert, die Alten Texte? Wenn man zu dieser neueren, tieferen, besseren Gotteserkenntnis durchgedrungen ist und genau darauf würde ich gern mich noch konzentrieren für den Rest dieses Vortrages. Im Alten Testament ist in all diesen unterschiedlichen Formen Monotheismus, Monolatrie, nur eine Verehrung, zeitweise Verehrung, nur von einem Gott. Wie immer wir die einzelnen Texte bezeichnen und fassen, aber immer geht es um Exklusivität. Es sind unterschiedliche Formen von Exklusivität, aber es geht immer darum, allein den Gott Israels, allein Jahwe, zu verehren. Aber jede dieser Formen von Exklusivität hat ihr Gewicht und auch ihr Recht, darauf weiterzuhören. Ich denke, dass die unterschiedlichen Formen, wie sie im Alten Testament begegnen und das Verhältnis zueinander, dass sie mit einer geschichtlichen Entwicklung unzureichend beschrieben sind. Schauen wir uns das also noch einmal kurz an. Der Monotheismus, das heißt, die Texte, die ihrem Anspruch nach sagen, es gibt nur diesen einen Gott. Es gibt einen Gott, das ist der Gott Israels und sonst keine. Ganz lange Zeit wurde ja die Tradition, die jüdisch-christliche Tradition auch deshalb unter Philosophen so hoch gehalten, weil sie das für eine besonders kluge, vernünftige Idee hielten. Nur an einen Gott zu glauben, nur einen Gott für wahr zu halten. Aber wenn wir in die alttestamentlichen Texte reinschauen, dann ist der Begründungszusammenhang ein anderer. Dort wird nämlich diese Betonung, es gibt nur diesen einen Gott, ganz wesentlich auf Rettung und Begegnung mit Gott als dem, der hilft und rettet, zugespitzt. In der theologischen Fachsprache die soteriologische Bedeutung dessen, dass es nur einen Gott gibt, die steht im Zentrum. Und ganz besonders deutlich wird das in Jesaja 40 bis 55. Dort ist der Herr, der Gott Israels, unvergleichbar und erweist sich als der einzige Gott gerade darin, dass er allein hört, sieht und rettet. Man kann zum Beispiel Jesaja 44, Verse 9 bis 20 darauf hinlesen, auch Jesaja 43, Jesaja 40. Darin erweist sich der Gott Israels als der einzige Gott, dass er ansprechbar ist, dass Menschen sich an ihn wenden können und dass Gott dann reagiert, dass er hilft, dass er sich den Menschen zuwendet und sie zu retten vermag. Die gesamte Argumentation in Jesaja 40 bis 48 läuft darauf hinaus. Also die Einzigkeit Gottes wird hier ausgesagt im Blick darauf, dass nur dieser Gott retten kann. Dem gegenüber bleibt das, was man als philosophischen Monotheismus bezeichnet würde, letztlich nur beim Menschen, beurteilt den Monotheismus als der Vernunft adäquateste Idee von Gott. Und das geht genau an dem Verheißungsaspekt und Zuspruch, der hier im Alten Testament steckt, vorbei. Wird dem also nicht gerecht. Insofern ist der Monotheismus des Alten Testaments von einem philosophischen Monotheismus noch einmal abzuheben. Aber das ist dann eben der Punkt. Warum nur der einzige Gott? Weil dieser Gott zu retten vermag. Aber auch die anderen Texte behalten einen wichtigen Wert. Das, was man Monolatrie nennt, die Aufforderung zur Monolatrie, wo also aufgefordert wird, das Volk Israel, dass sie nur den Gott Israels anbeten, angesichts der Vorfindlichkeit anderer Götter. Und ich denke, der Wert oder das, was wir noch mal berücksichtigen sollten, besteht darin, dass es die Faktizität konkurrierender Macht Deutungs- und Anbetungsansprüche in der Welt ernst nimmt. Die Rede im Alten Testament von dem Aufruf, nur den Gott Israels anzubeten, angesichts der anderen Götter. Nimmt ernst, dass überall dort, wo verschiedene Götter vorkommen, es Machtdeutungs- und Anbetungsansprüche gibt. Und das Alte Testament vermag auch an Stellen, wo Menschen sich an die Stelle Gottes setzen, genau mit dieser Begrifflichkeit und mit dieser Aufforderung auch darauf hinzuweisen, dass es auch Menschen gibt, die sich an die Stelle von Göttern setzen. Und das Alte Testament ist erschütternd realistisch darüber, welche Auswirkungen es hat, wenn Menschen sich an die Stelle von Göttern setzen und keine anderen korrigierenden Mächte und Kräfte daneben akzeptieren. Insofern weisen diese Texte darauf hin, dass es eine beständige Gefährdung der Menschen gibt, dass sie sich selbst ihre Götter machen. Manchmal auch in Konkurrenz explizit zu dem Gott Israels, aber das muss nicht immer so sein, aber überall die Gefährdung gibt, dass sich Menschen ihre Götter selbst machen. Nach ihrem Bild, nach ihren Wünschen, nach ihren Ansprüchen, nach ihrem Durchsetzungswillen. Diese Texte nehmen ernst, mit welchem Machtanspruch und potenzieller Gewaltausübung die Konkurrenz vieler Götter verbunden sein kann. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema und ich denke, es gehört hier dann auch dazu, auch als Christ ehrlich zu sagen, boah, da hat Kirche nicht immer alles richtig gemacht. Es wäre ein Schritt der Demut wichtig, nochmal auf die Texte selbst zu sehen. Wie setzt sich denn der Rettungswille Gottes durch? Es gibt ja diese These und die ist viel diskutiert worden von dem Ägyptologen Jan Assmann, dass die Forderung nach der Verehrung nur eines Gottes, dass die gerade auch religiöse Gewalt befördert und verstärkt. Und ja, an manchen Punkten ist das so und auch Christen und die Kirche haben Gott manchmal so missbraucht. Hier lohnt es sich und es ist wichtig, die Texte nochmal je für sich zu hören. Hier ist mir vor allem wichtig, deutlich zu machen, überall dort, wo verschiedene Götter da sind, kommt es immer so fort zu Konkurrenz Situationen und Macht Ansprüchen und dann stellt sich die Frage, wozu soll sich welcher Gott durchsetzen. Die Texte im Alten Testament, die die Verehrung des Gottes Israels fordern, angesichts anderer Götter und Macht Ansprüche, können, denke ich, auch nochmal diskutieren und lassen es ansprechen, dass die scheinbar atheistischen, aber sich dann doch selbst absolut setzenden Diktaturen von Menschen als solche entlarvt werden. Wo also Menschen an die Stelle von Göttern sich setzen und welche unmenschlichen Auswirkungen das hat. Insofern plädiere ich dafür, dass nicht diese Textgruppe einfach abgelöst wird von den Texten, wo dann im Volk Israel die Erkenntnis zu dem nur einen Gott durchgedrungen ist, die nicht einfach wegzulegen, beiseite zu legen, sondern ihr Deutungspotenzial ernst zu nehmen. Und schließlich ein Letztes, die Aufforderung, dass in der vielfachen Ausgestaltung des Jahwe-Glaubens, zum Beispiel 5. Mose 6, auffordert, diesen Herrn als einen einzigen wahrzunehmen, so geht es dort vor allem auch um die Einheit des Volkes Israel und hält dann die Gefahr vor Augen oder es wahrt die Wachsamkeit dafür, dass dieser Gott, der Herr, dass die manchmal für die eigenen Interessen und Wünsche vereinnahmt werden und individualisiert wird. Demgegenüber halten dann diese Texte fest, dass der Gott Israels auch zur Einheit des Volkes beitragen will und in dieser Einheit angebetet werden soll. Wenn wir das so wahrnehmen, besteht vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, dass wir hier diese unterschiedlichen Formen von Exklusivität Gottes in ihrer jeweiligen Berechtigung und Deutungskraft wahrnehmen, die sie durchaus auch bis heute und für Phänomene von heute behalten können. Insofern also, wie verhält sich der eine Gott des Alten Testaments zu den vielen Göttern? Das Alte Testament gibt dazu unterschiedliche beantworten, weil auch das Leben in dieser Hinsicht von unterschiedlichen Herausforderungen geprägt ist. Und in je unterschiedlichen Herausforderungen versucht auch in dieser Weise das Alte Testament gerecht zu werden und auf die unterschiedlichen Gefahren, den Menschen hier auch ausgesetzt hin, sie darauf hin anzusprechen. Der eine Gott und die vielen Götter diesen einen Gott im Alten Testament zu verstehen. Diese Erkundungstouren wollen wir weiter gehen und wenn ihr wertvolle Gedanken auch in dieser Folge gefunden habt, dann setzt gerne ein Like, empfehlt das weiter, abonniert den Kanal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten